Willkommen zu HotLab, die Formel 1 ist diese Woche in Imola und passend dazu gibt es natürlich auch meinen Track Guide. Abonniert keinen kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen da oben da und natürlich steht das ganze Wochenende im Zeichen von Aya Senna. Wir blicken mal auf die Stats von der Emilia Romana. 1980 gab es das Formel 1 Debüt auf dieser Strecke, eine 1.15.4 ist der Streckerekord von Lewis Hamilton. 19 Kurven, 10 links und 9 rechts. Michael Schumacher hat mit 6 Siegen hier die Nase vorne und 4.909 Meter ist eine Runde lang. Ziemlich kurz, aber es gibt hier einige Stellen, die das Auto und auch den Fahrer zum Verzweifeln bringen. 19 Kurven und lediglich eine D-Rest-Zone und das auch nur auf der Start- und Zielgeraden, sorgen hier tatsächlich für einen Ruf, das man nicht gut überholen kann. Doch auch Wetter ist in Imola eine ganz spezielle Sache. Wir gehen jetzt hier raus aus der Doppel-Links-letzten Kurve und jetzt geht es in meine Hotlab hier rein. Schaut gerne auf Social Media vorbei, D-Rest aktivieren und rein in die Runde. Turn 1 ist bereits nach Start und Ziel, gibt es da diesen ersten Knick, dann geht es runter in Richtung Turn 2, 3, 4. Die erste Schikane, sehr, sehr smooth hier fahren. Eher nur diese färbigen Körbs berühren, alles daneben ruiniert den Unterboden. Hier tatsächlich auch ganz aggressiv, eine sehr schnelle Schikane, aber sie leitet halt leider auch, oder lädt halt ein bisschen dazu ein, dass man viele Fehler macht. Dann mal kurz verschnaufen. Hier die zweite exakt gleiche, aber da kannst du viel später reinbremsen in die Linkskurve. Du kannst den ganzen Schwung mitnehmen von der Geraden und beim Rausbeschleunigen nur nicht zu weit raustragen lassen, denn das Kiesbett ist der Gegner, der Endgegner auf dieser Strecke. Die Harnadelkurve, gut gemeistert, das ist auch tatsächlich eine Kurve, wo du viel Zeit gewinnen, aber leider auch viel Zeit verlieren kannst. Am Ende erfährt ihr natürlich auch meine schnellste Runde hier und es geht hier raus. Links leicht den Körb küssen, musst du eigentlich gar nicht beim Rausbeschleunigen, benutze ich immer gerne den kompletten Körb. Und hier kommen wir auch zur ersten Änderung an der Strecke, denn rechts ist hier keine Auslaufzone mehr, sondern nur mehr Kiesbett. Und Kurve 9 auch tatsächlich ein Track Limit Monster. Links, der Linksknick, Kurve 10 und jetzt runter in die Suta. Kurve 10, 11 und 12, nein das ist 11, 12 und 13. Einfach ganz, ganz schnell, aber du musst so vorsichtig sein. Dennoch in diesem Abschnitt gab es eine Änderung. Links dieses gesamte Blaue wurde entfernt, hier ist absolut nur noch Kiesbett. Und jetzt aus der Innenperspektive, also du hast kaum Zeit zu reagieren. Und du musst tatsächlich immer perfekt einlenken, sonst ist die Runde quasi schon vorbei. Jetzt geht es in Kurve 14, 15, diese Schikane, die damals Leclerc das Podium kostete. Und auch hier gab es eine Änderung in der echten Form Lens, denn wir hatten rechts keine Auslaufzone mehr. Es ist nur noch Kiesbett hier und das macht das gesamte Wochenende vermutlich noch spannender. Auch mit dem kleinen Zusatz, dass es eventuell im Rennen regnen könnte. Dann 16 ist der Knick, den fährst du hier Fullspeed und dann sind wir wieder unten. Bei der Doppel-Links-Kurve Turn 17 und beim Turn 18 ist der Exit verdammt wichtig. Aber rechts natürlich auch nicht unbedingt das Kiesbett berühren, so wie es ich hier gemacht habe. Und dann hast du eine Halbwegs-OK-Runde. Kurve 19 ist eigentlich okay. Und das war schon eine Runde hier. Ich hatte eine 1,16,9. Also das ist okay, würde ich mal sagen. Ich denke mal, dass die Form Lens deutlich schneller sein wird. Natürlich gibt es jetzt auch noch, wie versprochen, meine Predictions für das Rennen am Wochenende. Ich bin verdammt gespannt. Ich freue mich auch, dass Sebastian Vettel mit Ayrton Senners Weltmeisterauto, nein, das ist nicht Weltmeisterauto, mit dem 93er-Auto, das ihm auch persönlich gehört, fahren wird. Die Top 3 werden ziemlich interessant. Werden Ferrari hat einige Upgrades gebracht und auch letzte Woche schon testen dürfen. Quasi in einem Filmtag, den man sich genommen hat. Und ich schätze tatsächlich, dass Ferrari viel näher dran sein wird wie McLaren. Ich sehe aber da immer noch teilweise die Nase vorne. Ich würde sagen, Verstappen gewinnt das Ganze knapp vor Charles Leclerc. Und Dritter wird tatsächlich meiner Meinung nach Carlos Sainz. Ich denke, dass das Wochenende tatsächlich im Zeichen Ferrari stehen wird. Und hoffe es und wünsche es mir tatsächlich ein bisschen. Also ich sehe mal, Carlos Sainz auf den dritten Platz. Der wird es aber nicht ganz so einfach haben. Denn wir haben mit Lando Norris und natürlich auch Sergio Perez Zwergenwerter, die es natürlich ebenso dahin geschafft haben. Charles Leclerc ganz klar sehe ich auf der 2. Wenn er fehlerfrei fährt und der Red Bull tatsächlich das nur in Miami war, weil er über diesen Pöller gefahren ist, dann ist auf jeden Fall für mich Mark Verstappen immer noch der größere Favorit auf den Sieg. Aber ernst wird es auf jeden Fall spannend. Wetter wird cool. Und ich glaube auch, dass es das gesamte Wochenende eine mega Stimmung geben wird. Schaut gerne auf YouTube-Tobi auf TikTok vorbei und abonniert gerne kostenlos den Channel. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder auf YouTube. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.